Das Hotel Delfin Diva Premiere liegt in Lara in türkische Riviera. Das Hotel Delfin Diva Premiere ist sehr beliebt unter den Gästen. 97% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 4351 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,7 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 5,8 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,7 Sonnen von 6 Sonnen. Gastronomie. Hervorragende Speisen mit genügend Auswahl und Abwechslung bietet die Küche dieses Hotels. So die Meinung der Gäste. 5,7 von 6 Sonnen werden hierfür vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Sport und Unterhaltungsprogramme sind in diesem Hotel fantastisch, was sich an der besonders guten Bewertung von 5,7 von 6 Sonnen zeigt. Zimmer. Mit 5,6 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,6 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.